Freund von mir. Er hat mich gebeten, mich ein bisschen um Sie zu kümmern. Gott mit uns steht auf der Gürtelschnalle des deutschen Soldaten. Ja, und Gott ist mit uns. Tatsächlich ist mir noch gar nicht aufgefallen. Denn es gibt keine schönere Aufgabe, als die abendländischen christlichen Werte gegen den östlichen Bolschewismus zu verteidigen. Und deswegen ist der deutsche Soldat, im Gegensatz zum Bolschewik, auf dessen Gürtelschnalle kein Platz für Gott ist, nie allein. Auch wenn er noch so tief in Feindesland steht.